das das ist doch immer so groß wie heute gibt es mal wieder ein live commentary von Black Ops 2 Joa welche Map wir spielen werden weiß ich noch nicht und ich werde mit den Punkten Serien Handekeldrohne, Hellthome, Hellthome, Rakete und Blitzschlag spielen wahrscheinlich mit der MSMC spielen da ich sie hier noch ein bisschen leben will hier dieses alles freischalten die PDW habe ich schon Waffenprestige 2 und habe alles was ich eigentlich brauche Lasermarkier, Schnellsmagazin und langer Lauf und Schnellzählen etwas anderes spiele ich die eigentlich auch gar nicht freigeschaltet das war es eigentlich wir spielen auf RAID und ich bin sogar überlegen ob ich jetzt wieder mit der SKH spiele SKH, SKH, nee wir nehmen die MSMC Great Hollywood Hills USA, ne Runde Herrschaft da dumm, da dumm, da dumm, der wechsel zu einer Pistole gelingt schneller als zu jeder anderen Waffe Nein Wirklich Wär ich ja nicht drauf gekommen Herrschaft Nein Mann Dann nehmen sie einfach ganz dreiß ohne mich Zieh ein Oh, hier ist keiner Erwischt Sneaper Und ich merke schon wie immer was die Nase hochkommt Da kommt er Der ist weg Der ist weg Der ist weg Ja, ab durchs Wasser Tja Von so weitem kriegst du mich mit deiner Schrotflinte nicht Doof, Schrotflinten, doch A wird gesichert Alpha wird gesichert Alpha wird gesichert Ist das denn ernst? Anscheinend ja Okay, dann mach ich mal mit Dann sichern wir uns die Punkte und wir haben ja gleich unser Handdeckel des Wohne Wir haben C verloren Wir haben C verloren Scheißegal Okay, da ist ein Sniper, da will ich nicht hin Weil Sneaper ist nicht gut Sneaper Oh, wir verlieren Alpha Wir verlieren Alpha Ja Ja, von hinten Sonst keine Hobbys hier Nein Und meine Handdeckel der Drohne hat ja wohl auch nichts gebracht Aber wie ich dieses Spiel lieb Können wir hier überhaupt drauf Das wäre nochmal geil gewesen Das wäre wieder so eine Sniperposition gewesen Nein Alter Ach ja, und der ist Down Ich hätte mich gewundert, wenn der jetzt nicht down gewesen wäre Eindliche Vorräte Der ist down Ich will aber auch nicht so rushen Weil Baum, nee, weil Ich kann hier sonst, äh Nicht so gut spielen Komm schon Kriegsmaschine eingesetzt Kriegsmaschine Achtung Nuketube Mh, 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 mh Da campen wir uns hier oben ein bisschen Wir verlieren Alpha Schön für Alpha Was ich da sehe Ist ein Gegner, der nicht stehen will Blutrünstig Schön So muss das sehen Der hatte Geist drin Hellstorm Rakete und Kopfschung Blitzschlag Jo Dann würde ich sagen, wir haben unsere Abschlussserien voll Aber ich will die jetzt nicht noch nicht aktivieren Das hast du wohl so gedacht Du Lobob Weil die Runde ist gleich vorbei So, und die Punkte Ich vercamp mich mal Okay, ne halbe Minute Aber ich will jetzt nicht sterben Weil diese Punkte, die behält man ja Wenn die neue Runde anfängt Und Dann kriegen wir gleich Noch eine Handdecke in der Drohne Wir verlieren B Mhm Räche Hunde haben wir verloren Aber es ist noch nicht vorbei Wegtreten Hunde haben wir verloren Aber es ist noch nicht vorbei Das ist ein Abschuss Das ist ein Abschuss Ja, schönen Dank Besten Dank Und Sargen Kampfkeks ist auch mit dabei Und ich versuche jetzt mal hier die Das Ziel sicher A wird gesichert Achtung Feindliche Vorräte unterwegs Der Feinder Charlie Okay Panther Killer Drohne eingesetzt Ne So Hunter Killer Drohne unterwegs Verbündete Hellstorm Rakete unterwegs Feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet Ja, was denn Wie jetzt Mein Gott Also, falls ich nicht so viel sage Ich konzentriere mich hier gerade Das ist mir gerade eben ein bisschen Selbst S2 befindet sich über ihrer Position Sensoreneinsatz beleidigt Mh, 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 mh Zu Abel, eine, setzt noch hier ein Und hier ein So Null Wirkung Was? Mann, wieso kann man nicht während des Nahlands schießen? Wie unlogisch ist das? Mh, 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 mh Ja, toll Hätte er jetzt ohne mich B gesichert Abschluss bestätigt Ich bin noch gar kein Abschluss bestätigt Was hat der denn? C wird gesichert Guck mal, da oben Haben wir an den roten Am das rote Pünktchen da Wir sehen, dass da einer ist Beste Dank, Beste Dank Oh mein Gott Manchmal Mag ich das Spiel so wie in der ersten Runde Und dann hasse ich es wieder Und das hat sich so an Herrschaft In Backup 2 Dass es hier zwei Runden gibt Egal wie Boah Wie gut es für dich in der ersten Runde lief Ich hab wohl sich ihre Weste, du Arsch Scharfschütze ausgeschaltet Jupp Mann, wieso wechselt der nicht die Waffe? Meine Fresse, ey Ich glaub ich muss mir die hier steuerung wieder ein bisschen umlegen Weil hätte er die Waffe gewechselt Dann hätte ich wahrscheinlich noch Ein oder zwei Mit umgerissen Und Ja Snipe Ohne irgendwie Verschelterngeschütze Okay Spraying for the win Noobs for the win Not Okay, da ist er noch Mhm Mhm Kampfkicks hat schon das Spiel verlassen Das PDW, rette mich Hier übrigens, mein Hammergeil ist entblieben B, 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 B Kommt schon, B Wie Wie viel Volltreffer Jeder Volltreffer zählt, damit ich die PDW auf Gold krieg Du schaffst das Du schaffst das nicht Und wieso sterben die Gegner in Black Ops 2 nicht? Da, da, da Und gestern war es ganz schlimm Um 0 Uhr so Wo die ganzen Amis gespielt haben In Compensation-Lags wie Noch nie Und Ich hab nur 16.000 Erleitungen Wenn sie da schon In Compensation-Lags reinpacken Und das hat man deutlich gemerkt Dass ich mit 120 FPS gespielt hab Und dann Ich bin nur so gegangen Dopp 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 Also jetzt nicht so langsam Aber Oh Zur Demonstration Da steht ja immer noch Das scheiß Geschütz Das wird nix los doch Und Renn ruhig ins Geschütz rein Das Geschütz ist doch noch Da Das ist auch richtig gut hingestellt Mann Kill geklaut Besten Dank Nicht Da, nein Ich hab die anderen Kriege geklaut Das hab ich so gefreut Denn ich hab ein Kill mehr Meine, Mann Uuuuh Rette Vergeltung 25 zu 18 Das ist richtig Gut diese Runde Gelaufen Nicht Aber naja Man kann ja nix gegen machen Und er spielt Hier mit einer guten Waffe Ich find die PDW Ist für mich die beste Waffe In diesem Spiel Jetzt nicht Beste Aber mit einer der Besten womit ich spiele Und Ja Ich würde mich Verabschieden von euch Gucken wir nochmal schnell an Jaja Was wir so alles freigestellt haben Und Dann würde ich mich verabschieden Gleich Aber vorher Gucken wir nochmal Aha Gut Rüstig Was für eine KD Hatte ich Na 1, ja Das geht Auf jeden Fall Verabschiede ich mich Jetzt erstmal von euch Haut rein Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Kibbitzigerin 100 Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal